Schade RP, alles ist vorbei! Schade RP, alles ist vorbei! So, wie gesagt, eine Eingeladete heute noch auf eine Riese Party auf dem Marktplatz. Das ganze Stadion Hetz der Erde! 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 Applaus Vielen Dank für die Unterstützung über das ganze Jahr. Es war super mit euch, wieder diesen Weg zu gehen. Wir freuen uns alle riesig, dass nach schwierigen Jahren in Chemnitz wir wieder aufgestiegen sind. Ich hoffe, dass dieser Aufstieg signalwirken muss, dass es mit dem Chemnitzer Fußball wieder aufwärts geht. Nach oben gibt es ja noch Positiven. Lieber, Liebe, für den Liga! Liber, 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 für die Liga. So, jetzt geht's für Jungs erstmal zum Durchhaben und zum Duschen, zum Luftruhen.